Es freut mich, dass wir unser Studium der Heiligen Schrift über die Haushalterschaft fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Haushalter nach Eden. Wir haben gesehen, dass ein Haushalter ein Manager ist, ein Verwalter eines fremden Eigentums. Wir haben gesehen, er hat kein Eigentum, er muss aber die Fähigkeit haben, diese Aufgabe zu erfüllen und er muss die Fähigkeit haben, die Verantwortung gegenüber dem Eigentümer zu bringen. Und diese zwei letzten Dinge letztendlich werden durch den Sündenfall des Menschen nicht mehr möglich. Erstens denkt der Mensch nach dem Sündenfall, er hat Eigentum und er hat keine Fähigkeit mehr, den Auftrag, den ihm Gott gegeben hat, zu erfüllen. Wir haben letztes Mal gesehen, dass wir ein Auge haben in unserem Herzen, das heißt eine Identität. Und als Adam gemacht wurde, wusste er, er ist ein Geschöpf Gottes. Dadurch war er von Gott abhängig, er hat Gott vertraut, hat von Gott genommen. Seine Motivation, der Grund seines Handelns war die Liebe. Er wusste, er hat kein Eigentum, er wusste, er hat nichts, was er selber herstellen kann. Deshalb war die Aktion, das er nimmt, um zu geben. Das war so, dass das der Gewinn geben ist. Er hat dann den Verlust vermieden, indem er nicht gegeben hat, das, was er von Gott genommen hat. Und seine Entscheidungen waren dementsprechend alle richtig. Wäre Adam in diesem Zustand geblieben, hätte er seinen Auftrag erfüllen können und die Misere, die wir haben auf dieser Erde, wäre nicht vorhanden. Aber Adam glaubt dem Luzifer und wird verändert. Er denkt, er ist nun Gott, weiß aber nicht, dass er kein Gott ist. Er vertraut jetzt den Menschen, dem Mammon. Seine Motivation ändert sich in stolz und Egoismus. Er denkt jetzt, er kann herstellen, er denkt, er ist Besitzer und Eigentümer. Damit fällt die Haushalterschaft weg. Er gibt, um zu bekommen, weil er den Gewinn im Bekommen sieht. Er sieht den Verlust im Nichtbekommen. Und so sind alle seine Entscheidungen, ganz egal, was er tut, falsch. So kann er seine Haushalterschaft nicht mehr erfüllen. Erinnern wir uns noch einmal, was war denn der Auftrag, den er hatte von Gott bekommen, als Gott ihn hier auf diese Erde setzte. Der Zweck war das Leben auf der Erde erhalten. Er war das einzige Bindeglied zwischen dem Schöpfer. Das Mittel war die Liebe, die Motivation, durch das er alles machen sollte. Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit, Sicherheit, Frieden. Das sollte er alles aus der Quelle von Gott nehmen und dadurch es weitergeben. Dadurch sollte die ganze Erde erhalten werden und eine entsprechende Frucht bringen. Und diese Frucht würde durch Adam wieder zurück zu Gott gehen. Wie kam es zum Fall des Menschen? Der Mensch Adam wurde von Gott gemacht mit einem Geist und mit einem Körper. Und er sollte alles aus der Motivation der Liebe, der Gerechtigkeit heraus tun. Er sollte die Liebe, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Sicherheit, den Frieden, das Wohlbefinden, die Erkenntnis, die Freude und so weiter. Sollte er nach dem Gesetz Gottes alle durch Vertrauen von Gott nehmen und damit dieses weitergeben. Er hatte auch einen Körper, auch dieser Körper musste er mit Chemie unterstützen, unterhalten. Die sollte er durch die Nahrung von der Erde nehmen, durch den Sauerstoff und auch das weitergeben. Dadurch würde er den Zweck seiner Schöpfung erfüllen und die Erde und er würden ewig leben. Jetzt kommt Luzifer auf diesen Baum und erklärt, wie ich das versucht habe in den letzten Stunden schon zu erklären, dass der Adam in einer unteren Stufe von Gott gehalten wird und nicht dort, wo er letztendlich hingehört. Und so verkauft der Luzifer dem Adam die Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit. Er verkauft ihm die Lüge als Wahrheit. Er verkauft ihm die Gefangenschaft als Freiheit. Er verkauft ihm die Unsicherheit als Sicherheit. Er verkauft ihm den Krieg als Frieden. Er verkauft ihm das Unwohlsein als Wohlbefinden, die Unkenntnis als Erkenntnis, die Trauer als Freude. Und somit nimmt der Adam sein Vertrauen von Gott weg. Er nimmt nicht mehr von Gott dieses Bedürfnis, weil der Luzifer ihm gesagt hat, das ist bei ihm besser dran. Er vertraut ihm Luzifer. Er nimmt von ihm und dementsprechend verändert sich sein Zustand und das Leben und seine Haushalterschaft ist nicht mehr möglich. Der Mensch war nur verführbar, indem man ihn zum Misstrauen auf Gott verführen konnte. Hätten Adam und Eva in ihrem Herzen nie misstraut, hätten sie gewusst, Gott hat uns in die erste Klasse getan. Es ist genau der beste Platz für uns. Und wenn Gott uns etwas vorenthält, dann enthält er uns nur das Schlechte vor. Er enthält uns vor, dass wir nicht in die zweite Klasse, in die dritte Klasse gehen. Er verhält uns nur das vor, nach oben, zum Glück, zur Befriedigung des absoluten Gewinns. Daher enthält uns Gott nichts vor. Er enthält uns nur das Elend vor. Ist das nicht ein liebender Gott, der seinem Geschöpf das Elend vorenthalten will? Aber der Böse verkauft jetzt das Elend als etwas anderes. Und so fällt der Mensch und er trennt sich von Gott. Und jetzt ist Luzifer sein Herr geworden. Und jetzt nimmt der Mensch von Luzifer. Und was kann er von ihm nehmen, außer ein Stolz und Egoismus, Ungerechtigkeit, Lüge, Gefangenschaft, Unsicherheit, Krieg, Unwohlsein, Unkenntnis, Trauer. All das hat der Luzifer. Und das gibt jetzt nun der Mensch weiter, weil er muss das weitergeben, was er nimmt. Und somit geht die ganze Erde unter diesem Einfluss des Luzifers, die letztendlich auf den Menschen übertragen, vom Menschen weitergeht, zum Tode. Und man bringt Frucht, nicht Gott, sondern den Mammon. Und damit lebt man ein Leben letztendlich im Tod, in Ungerechtigkeit, in Lüge, in Gefangenschaft und in großem Elend. Und jetzt hat Gott einen Erlösungsplan gemacht. Und diese Brücke, die hier Luzifer, diese Trennung von Gott, muss überbrückt werden. Und die Frage ist, wann hat Christus diese Trennung der Erde überbrückt? Und Christus kommt als der zweite Adam. Er muss Mensch werden, um durch das Kreuz von Gott wieder die Verbindung zur Erde herzustellen. Und wann ist das passiert? In Offenbarung 13, 8 steht, Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist vom Anfang der Welt. Wann ist das Lamm erwürgt? Von Anfang der Welt. Das heißt, in dem Moment, wo Adam und Eva fielen, sich das Auge in ihrem Innersten veränderte, wo sie nicht mehr sahen, dass sie Geschöpfe sind, sondern wo sie dachten, sie sind Schöpfer. In dem Moment war die Überbrückung da. Und dem Menschen und der Erde wurde Gnade gegeben. Die Frage ist nur, wenn Christus schon die Brücke geschlagen hat, gleich nach dem Sündenfall, wieso sind wir jetzt nach 6000 Jahren immer noch in diesem Elend? Wieso existiert der Stolz und Egoismus noch? Und wieso leben wir immer noch ein Leben in Misere, in Tod, in Elend, in Feindschaft, in Gewalt? Wieso ist das da, wenn doch die Trennung von Gott aufgehoben ist? Wenn doch Christus die Brücke geschlagen hat, warum ist nicht doch wieder auf der Erde alles richtig? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, weil sie betrifft den Auftrag, sie betrifft den Sinn, weshalb das Elend da ist. Warum bleiben Elend und Tod weiter bestehen, obwohl sie besiegt sind? Wir erinnern uns, dass aus einem Menschen, aus dem Adam, alle Menschen entspringen. Nein, sie sind alle Individuen desselben Lebens. Das ist für uns manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber Adam, wir alle sind Individuen ein und desselben Lebens. Und wir, durch den Sündenfall Adams, kommen wir alle auf diese Welt als tote Geburt, mit dem falschen Auge, unfähig zum Leben, weil wir erben alle sein Leben, aber wir sind Individuen. Und jetzt kommt der zweite Adam und er schafft ein neues Leben. Er schafft das Leben aus dem Tod erneut. Die Frage ist nur, wenn Christus gekommen ist und ein neues Leben geschafft hat, hat er es für wie viele geschaffen? Hat er eins geschaffen oder mehrere? Und sicherlich hat er nur eines geschaffen, das, was verloren war von Adam. Er hat es neu gemacht. Er hat eine neue Kreatur gemacht. Durch sein Leben, durch seinen Tod und seine Auferstehung ist er der zweite Adam, ein neues Leben. Aber haben dann damit automatisch alle Menschen, die aus Adam entstehen, dieses neue Leben Christi? Natürlich nicht. Auch wenn Christus unser Leben wurde, können wir nicht als Gruppe erlöst werden. Wir können nicht als ganzes Leben erlöst werden, obwohl der Mensch als Individuum oder der Mensch als Wesen, würde ich sagen, der Mensch als Wesen wurde erlöst in Christus, aber das Individuum nicht. Und das sehen wir leider in unserem oberflächlichen Betrachtungsweise nicht. Deshalb, auch wenn Christus die Brücke sofort machte, konnte nicht die Erde wieder weitergehen, so wie sie damals dem Adam in die Hand gegeben worden war. Weil jetzt musste eine Veränderung im Menschen stattfinden. Und obwohl die Brücke geschlagen war, muss jedes Individuum, inklusive Adam, durch Christus durch. Das heißt, sie müssen durch Christus eine neue Kreatur werden, durch den Glauben. Die einzige Möglichkeit, neu geboren zu werden, ist durch die Annahme, durch den Glauben, durch die Übernahme des Lebens Jesu, in dem das alte Leben getötet wird. Diese neuen Wesen, alle aus Christus geborenen Menschen, sind Individuen desselben Lebens. Werden alle Individuen, die aus Adam kommen, die dasselbe Wesen haben wie Adam, das Wesen Christi übernehmen? Nein. Es gibt viele Menschen, die dem widerstehen. Die nicht wollen, aus dem Tod zum Leben kommen. Und so lässt sie Gott dort. Aber das Elend dieser Welt und der Tod geht weiter. Weil jedes Individuum muss erreicht werden. Das ist der erste Grund. Einem jeden Individuum muss die Möglichkeit gegeben werden, durch das Leben Jesu zu einem neuen Leben zu kommen. Und das ist der Auftrag dieser neu geborenen Menschen. Das ist der Auftrag nach Eden. Wir werden noch einmal recht deutlich sehen. Das Elend geht weiter auf dieser Erde, weil jedes Individuum muss für sich selbst den Glauben nehmen und auf Gott vertrauen. Und durch Christus, das neue Leben, das neue Wesen, auch selbst dieses Wesen werden. Wir alle leben. Wir alle leben aus dem Leben Adams. Wir sind das Wesen eines Menschen. Aber wir sind Milliarden von Individuen eines derselben Lebens und derselben Wesens. Und so ist auch Christus ein Wesen. Er ist das Neue. Und alle von uns gehen über ihn in das neue Wesen ein. Aber jeder als Individuum dieses einen Wesens oder neuen Lebens. Auf der großen Skizze des Herzens ist es die Kreuzigung des Unterbewusstseins. Die Kreuzigung des Ich-bin-Gott, die stattfinden muss durch Christus. Damit es aufhört, dass man von Mammon lebt und nur noch von Gott nimmt. Ohne Kreuz, ohne den Tod. Es geht nicht um einen physischen Tod. Es geht um einen geistigen Tod in unserem Herzen. Ohne diesen Tod kann niemand ins neue Leben übertreten. Kann niemand ein neues Wesen werden. Dann bleiben wir alle im alten Wesen des Adams. Und werden je, wie Adam oder wie alle Nachkommen, die Christus nicht angenommen haben, sterben. So der erste Grund, weshalb das Elend noch existiert, ist damit das Böse in uns erkannt wird. Wir sehen das Böse nicht. Deshalb muss jeder Mensch erreicht werden und ihm muss gezeigt werden. Schau, was ist mit dir los? Und ich bin so dankbar für die körperliche Krankheit, die uns erklärt und zeigt, wie schlimm unser Selbstbetrug ist. Wie tief gefallen wir sind in dieser großen Not. Und wir sehen es nicht einmal. Der Mensch ist blind gegenüber sich selbst. Und dieses Licht der Wahrheit muss an jeden herangetragen werden. Das ist der Auftrag des Haushaltes nach Eden. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum das Elend und der Tod weiter besteht, obwohl sie besiegt sind. Hier ist Christus der zweite Adam. Das Böse muss in allen, die Christus ablehnen, zu einem Ende kommen. Das heißt, die Liebe ist unendlich. Das Böse ist endlich. Und es ist nicht der Tod letztendlich, der zeigt, dass der Mensch in seinem, dass das Böse zum Ende kommt. Sondern es lebt sich aus. Als das Böse ins Universum trat, als Satan höheres Wesen sein wollte als das, was er fahrt, sah niemand, wo die Not war. Sah niemand, wohin das hinführen würde. Sah niemand, dass das nicht Leben und Ewigkeit bedeutet, sondern Tod. Begrenztheit. Und so ließ Gott dem Luzifer und den Engeln und auch jetzt den Adam, nachdem er gesündigt hat, obwohl er ihn durch Christus erlöste, noch von Anfang der Welt weiterleben, um das Böse zu zeigen, dass es zu einem Ende kommt. Nicht Selbstzerstörung definitiv, sondern es kommt an seine absolute Grenze, wo es so böse ist, wo es nichts mehr Böses sein kann. Und das muss erreicht werden. Gott muss vor uns Menschen und vor dem ganzen Universum demonstrieren, dass das Böse sich selbst zerstört. So damit alle nicht gefallenen Wesen erkennen, dass in dem Versprechen Luzifers, dass es mit ihm besser sein wird, ganz deutlich wird, dass es nicht ist. So die ganzen Menschen, die Christus ablehnen, machen sich selbst ganz kaputt. Ihr Wesen ist so verändert, dass sie nicht mehr zurück können. Sie kommen an die Grenze ihres Wesens und ihres übelen Tuns. Und damit demonstriert Gott, dass er für das Böse nichts kann. Er muss es auswachsen lassen, bis es nichts mehr zu zeigen hat, bis nichts mehr verborgen ist, bis nichts mehr Gutes, ich sage mal Gutes vorgeschoben werden kann, sondern nur noch das Böse in seinem klarsten Licht hervorkommt. Deshalb ist das Elend und der Tod weiter da, bis diese zwei Dinge erfüllt werden, bis alle Individuen erreicht werden mit dem Angebot des Lebens, weil sie alle tot geboren sind. Und bis das Böse nicht mehr sich verbergen kann hinter dem Guten. Wenn das Böse sich völlig ausgelebt hat, wo es keine Verborgenheit mehr ist hinter dem Guten. Weil heutzutage bei uns, wir wollen das Gut, aber wir tun das Böse. Aber es wird durch die Ablehnung Christi das Wesen des Menschen so verändert. Jedes Individuum wird so verändert, dass die Wesenszüge, die Gott einmal in den Menschen gesetzt hat, verschwinden und nur noch das Böse hervorkommt. So waren die Menschen vor der Sintflut. Ihr Trachten, das alles Trachten ihres Herzens war böse von Anfang an. Vielleicht lesen wir es, weil Jesus sagt, dass die Menschen am Ende der Zeit auch so sein werden. Es wird dahin kommen. Und hier hat Gott einmal eingegriffen, weil es nicht weiter ging. Aber die Erlösung, die tatsächliche, dass der zweite Adam kommen sollte, war noch nicht gekommen. Und es war ein Gerechter auf der Erde. Und durch den hat Gott dann das Ganze weitergeführt. Ich lese ab Vers 6, Kapitel 6 im ersten Buch Mose. Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens. Nur Böse war immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Hier wird Gott dargestellt als einer. Nicht, dass er bereut, den Menschen gemacht zu haben, nur dass es ihm leidtut, dass sowas aus seiner Schöpfung geschehen ist. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, von Menschen an, bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und wenn wir sehen, was diese Menschen für Wesen hatten, sie dachten nur noch das Böse in ihrem Herzen, da hat Gott eingreifen müssen, um den Noah, um die Erde zu erlösen, damit der Erlöser kommen kann. Und so finden wir Teilsituationen, Sodom und Gomorrah, wo das Böse sich auslebt, wo nichts mehr zu verbergen ist, wo das Gute verschwunden ist im Menschen. Wie soll es Gott da nicht treuen? Wie soll es ihm nicht wehtun, wenn er sieht, was daraus geworden ist? Tut es uns Menschen nicht auch weh, wenn wir sehen, wie abgefallen, wie versunken der Mensch heute ist in Gewalt, in Hass, in Habgier? Ist es nicht etwas, was uns alle, wenn wir sehen, also die, die noch nicht ganz kaputt sind, die können das erkennen? So, schauen wir uns an. Alle, die aus Christus geboren sind, werden Haushalte Christi nach Eden. Was ist ihr Auftrag nach Eden? Sie sollen den Mitmenschen als erstes das Gesetz des Lebens vermitteln. Sie sollen die Liebe Gottes den Menschen zeigen und sie sollen da sein für jeden in seiner Not und sie sollen die Schöpfung soweit möglich erhalten. Das ist die Haushalterschaft nach Eden. Das ist aber nur der Fähig, der beginnt aus Christus, das neue Leben selbst als Individuum zu leben, der aus dem Tod des alten Wesens kommt in das neue Wesen, das ist Christus. So schauen wir uns das ein wenig an. Was bedeutet es, Haushalter des Gesetzes Gottes zu sein? Eines der größten und schwierigsten Dinge der heutigen Welt ist, dass wir Gott nicht kennen und wir können Gott nur durch sein Gesetz erkennen. Und das sollten wir der Welt bringen. Wir haben gesehen, als Paulus an die Römer schrieb und sagte, was haben denn die Juden für einen Vorteil? Er schreibt hier im Kapitel 3, Römer Kapitel 3, Vers 1. Was haben denn die Juden Vorteils? Oder was nützt die Beschneidung? Für was er fiel? Zum Ersten, ihnen ist vertraut, was Gott geredet hat. So, ihnen ist vertraut, was Gott geredet hat. Er hatte die Juden gerufen, die Nachfolger Abrahams, die des Glaubens sind, hat er gerufen, Haushalter zu sein, seiner Worte, welches nichts anderes ist als sein Gesetz. Ihnen wurde das offenbart in Römer Kapitel 9. Ich sage die Wahrheit, Vers 1, in Christus und lüge nicht, dass mir Zeugnis gibt, mein Gewissen in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen und ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich habe gewünscht, Verband zu sein von Christus für meine Brüder, die meine Gefreundeten sind, nach dem Fleisch, das heißt nach der Verwandtschaft, die da sind von Israel, welchen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, welcher auch sind die Väter und aus welchem Christus herkommt, nach dem Fleisch, denn da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. So was haben die Haushalter nach Eden bekommen? Die Kindschaft. Ja, wir alle sind die Kinder Christi. Wir sind die Kinder eines neuen Wesens. Die Herrlichkeit, den Charakter Christi, der ist der Charakter, der unser werden soll. der Bund, das ist der Auftrag, den wir bekommen haben, das Werk zu tun und das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen. Das ist unser Auftrag. Das hat uns Gott aufgegeben, damit wir es der Welt geben. Und wie sollen wir das tun? Hier ist der Mensch, der durch Christus gerecht geworden ist. Er lebt nach dem Gesetz. Er vertraut auf Gott. Er nimmt von Gott sein Bedürfnis. Das Nehmen und das Vertrauen ist unsichtbar. Aber was er tut, das Geben muss durch seinen Körper durch. Und das sieht man. Deshalb als Luzifer kommt und den Menschen versucht, muss der Mensch in seinem Innersten sein Vertrauen auf Gott abtun und von Luzifer nehmen. Dieser Wechsel ist unsichtbar, aber was er tut, ist sichtbar. Das heißt, wann hat Adam und Eva gesündigt? Als sie aßen von der Frucht? Nein. Das Essen von der Frucht war das Geben. Das war das Ende der Aktion. Unsere Entscheidungen sind das Ende des ganzen Aktions. Aber jede Aktion unseres Geistes beginnt mit Vertrauen und Adam und Eva nehmen ihr Vertrauen weg von Gott. Sie nehmen nicht mehr aus Gott. Sie vertrauen auf Luzifer. Dadurch werden sie zu Sünden und werden ungerecht und sie geben weiter des Luzifers Erbschaft. Und jetzt hat Gott die zehn Gebote geschrieben nach dem Sündenfall. Diese zehn Gebote sind adaptiert für den gefallenen Menschen. Sie beinhalten das Gesetz, aber sie sind es nicht vom Buchstaben her. Und das haben wir nicht verstanden. Weil wir das Gesetz nicht verstanden haben, es gibt eins, Vertrauen und Nehmen umzugeben. Das ist das Gesetz. Die zehn Gebote sind nur da, um dem Menschen zu zeigen, dass er als Übertreter des Gesetzes an einer Stelle das Gesetz übertritt, nämlich am Nehmen, am Vertrauen, weil das ist unter Gesetz gestanden. Deshalb hat Gott das Gesetz in zwei Tafeln geschrieben, weil es zwei Aktionen gibt, das Nehmen und das Geben. Es gibt nicht mehr. Die eine Tafel zeigt die Ausschliesslichkeit des Nehmens. Weil es ist keiner außer Gott, woher der Mensch sich ernähren kann. Und die zweite Tafel zeigt die Einschliesslichkeit. Adam und Eva sollten für alles, was auf dieser Erde war, verantwortlich sein. Sie sollten das weitergeben, was sie ausschließlich aus Gott nahmen, war einschließlich für alle gedacht. Kein einziger sollte ausgelassen werden. Das ist das Gesetz in seiner Essenz. Deshalb hat, da Gott wusste, dass das Gesetz nur im Vertrauen und beim Nehmen gebrochen werden kann, gibt er von zehn Geboten acht Verbote. Das erste ist ein Verbot, kein anderer Gott. Das zweite ist keine Götzenbilder, keine Götzen machen. Es gibt keine anderen Götter und sie nicht anbeten. Das dritte ist, den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das bedeutet, wir sind nach seinem Namen genannt. Namen bedeutet, wir sind nach seinem Wesen. Jeder, der den Namen Gottes missbraucht, der nimmt nicht von Gott, der lebt nicht aus ihm. Und dann gibt es ein Gebot, wo es ganz deutlich spricht, dass man ein Geschöpf Gottes ist, dass wir es von ihm nehmen. Und dieses Gebot wird natürlich, die Juden haben es nicht verstanden, weil das Gesetz insgesamt nicht verstanden haben, haben daraus eine Form gemacht und die anderen, die den Sabbat oder den siebten Tag der Woche halten, der siebte Tag nach der Schöpfung, dieser Tag, den Gott geheiligt hat, der ist nur eine, der ist ein Bild, dass man versteht, wer man ist. Ich lese aus 2. Mose 20, Abvers 8. Gedenke des Sabbatags, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Macht, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbatag und heiligte ihn. Ihr merkt, in diesem Gebot ist ein Gebot drin. Es geht um eine Heiligung eines Tages oder des Schöpfers. ganz klar des Schöpfers, nicht des Tages. Aber die Menschen haben aus dem Gebot den Tag geheiligt, nicht den Schöpfer. Der Tag ist nur ein Bild der Heiligung für den Schöpfer. Deshalb kann man äußerlich den siebten Tag als Ruhetag halten, welches der Samstag ist und dennoch innerlich im Vertrauen auf Luzifer und auf Menschen und auf Tiere leben. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Die Menschen können, wenn sie verwechseln den Tag mit dem Schöpfer, wir beten den Schöpfer an, nicht den Tag. Der Tag ist nur das Bild, er ist das sichtbare Zeichen der wahren Anbetung Gottes, das man von Gott nimmt, weil man sein Geschöpf ist. Man arbeitet an diesem Tag und letztendlich im ganzen Leben nicht für sich selbst. Deshalb sagt er, alle Arbeit muss stoppen. Wir arbeiten nicht mehr für uns selbst. Wir arbeiten für ihn. Der ganze Haushalt eines Menschen ist inbegriffen darin. Aber wenn man das Gebot wortwörtlich nimmt, wenn man es nicht in seinem Zusammenhang sieht, was es letztendlich sagen will, dann landet man dort, wo die Juden gelandet sind, nämlich bei der Ablehnung ihres Erlösers. dann denkt man, ein äußerliches Zeichen erlöst einen. Das ist dasselbe wie mit der Beschneidung. Gott hat viele äußerliche Zeichen gegeben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir uns selbst nicht gehören, dass wir seine Geschöpfe sind, dass wir von ihm nehmen. Erinnere dich, du bist ein Geschöpf. Gott hat die Erde in sechs Tagen gemacht und am sechsten wurdest du gemacht und Gott ruhte. Das heißt, er ruhte nicht von seiner Tätigkeit zum Leben zu halten, sondern er ruhte nur von der Tätigkeit, was Neues zu schaffen. Deshalb war das ganz wichtig, Christus hat diese Sache deutlich gemacht. Er kam auf diese Erde und er hat auch am Sabbat gearbeitet, aber nicht um etwas zu schaffen, sondern um das Leben zu erhalten, würde Gott eine Sekunde nicht das Leben erhalten, würde alles kaputt gehen. Deshalb ruht Gott von der schöpferischen Tätigkeit, aber nicht von der erhaltenen Tätigkeit. Die muss er die ganze Zeit aufrechterhalten. Deshalb sagt Jesus, ich bin gekommen zu erlösen, ich bin gekommen aufrecht zu erhalten, das Leben. Deshalb ist all das, was zum Leben gehört, das das Leben erhält am Sabbat notwendig, nicht nur erlaubt zu tun. Hier geht es darum, dass niemand für sich mehr arbeitet. Man muss verstehen, dass alles Gott gehört. Da ist die ganze Schöpfung eingegedacht, auch dein Vieh und dein Fremdling und deine Magd. Alles ist einbegriffen in dieses Gebot. Und würden wir es verstehen, was Gott wirklich damit meint, dann wären wir nicht nur äußerliche Halter eines Gebotes, sondern von innen heraus würde das Wesen Gottes kommen. Und der Sabbat wäre ein wahres Zeichen eines Menschen, der aus Gott lebt, so wie Christus aus Gott gelebt hat. Deshalb sagt er, ich bin der Herr des Sabbats. Er hat ihn ja gemacht. Er wusste, was am Sabbat notwendig ist zu tun und was nicht. So, nur das vierte Gebot ist das Gebot. Ehre Vater und Mutter kommt in die Einschließlichkeit. Hier ist es nicht mehr ausschließlich. Ich kann nicht Vater nur ehren und Mutter nicht. Nein, ich muss Vater und Mutter ehren. Das ist einschließlich. Ich soll nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen oder nicht begehren, was des Nächsten ist. So, diese zehn Gebote haben etwas ganz Deutliches. Acht davon sind Verbote zu nehmen aus der falschen Quelle. Wir können aus einem falschen Gott nehmen oder aus den Menschen, die uns Gott verboten hat zu nehmen. Er hat ein Gebot gegeben zum Nehmen, das ist das Sabbat Gebot und hat eins, das das prüft zum Geben Vater und Mutter. Niemand kann Vater und Mutter ehren, solange er von Vater und Mutter noch sich selbst ernährt. Solange Vater und Mutter noch meine Anbindung sind, ist das Gesetz nicht haltbar. Solange ich tun, bin ich nicht im Gesetz. So das Gesetz offenbart die Sünde. Das Gesetz zeigt, wo wir nehmen, was wir geben. Deshalb sind wir gerufen, als Haushalter Gottes, dieses Gesetz, dieses Grundgesetz der ganzen Welt zu verkündigen, weil es ist allein fähig, ihnen die Augen zu öffnen, dass sie sagen, ich elene Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes und zu Christus Rennen zum Kreuz. Deshalb sagt Christus, sagt Paulus so schön in Galater, denn Christus, denn das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Aber hätte ich das Gesetz nicht, könnte ich niemanden zu Christus bringen. Ich könnte niemandem zeigen, dass etwas in ihm nicht stimmt, dass es sterben muss, das Vertrauen auf den Bösen, das böse Auge muss kaputt gemacht werden, damit ich wieder zurückkommen kann zu Gott. Deshalb sind die Christen die Haushalter aller Mittel Gottes. Sie sind die Einzigen, die die Erhaltung des Lebens auf der Erde fördern können. Sie sind die Einzigen, die diesen Zweck wiederherstellen können, zu dem sie gerufen worden sind von Anfang an. Sie haben Bedürfnisse und Mittel, die Gott ihnen zur Verfügung getan hat. Sie müssen alles aus Liebe und Gerechtigkeit tun. Sie müssen nicht für sie gedacht. Sie haben Werkzeuge und materielle Mittel, nicht um zu behalten, sondern um zu geben, sie zu tun, damit dieser Zweck hier erfüllt ist. Gott hat uns nicht Mittel gegeben, dass wir sie für uns behalten. Die Beziehungen, unsere Beziehungen, unsere Kinder sind nicht da, dass wir sie für uns erziehen, sondern dass wir sie erziehen, dass sie den Zweck erfüllen, etwas geben, sondern sie sind da, dass wir sie erziehen, dass sie der Welt Licht sind. Unsere Beziehungen sind da, nicht für uns als ein Zweck, sondern um durch sie, einen jeden Menschen, das Licht der Wahrheit, das Gesetz, die Liebe Gottes zu bringen. Der Appetit, die Leidenschaft, die Sexualität sind Mittel, die man gibt in der Beziehung und das Leben selbst. Und wo ist die Bedürfnisquelle? Die Bedürfnisquelle ist Gott, der Schöpfer. Von ihm nehmen wir und das geben wir weiter. Die Christen sind die einzigen, die als Haushalter Gottes ihren Auftrag erfüllen können. Ja, es ist ein Wachstumsprozess, dass man in diese Haushalterschaft hineinwächst, weil wir haben immer noch Dinge, die wir für uns behalten, Dinge, die wir an uns klammern und wir müssen das sehen und wir müssen durch die Gnade Gottes von all dem, was wir anklammern, von all dem, was wir behalten wollen, für uns wegkommen. Niemand kann sein Kind für sich behalten oder sein Hab und Gut, weil es ihm ja nie gehört. Es ist da als Mittel und die Christen sind die Haushalte Gottes, weil sie haben verstanden, ihnen gehört nichts. sie sind ein wunderbares Wesen, aber sie sind genommen worden von Gott durch Christus ein Werk zu tun zur Wiederherstellung des Menschen. Und wenn der Christ wiederhergestellt wird, je mehr sein Inneres sich verändert, je mehr er die Liebe immer weiter gibt, umso größer wird der Einfluss, umso mehr Individuen werden erreicht mit der Einladung zum Leben und umso eher kann das Werk, was Gott sich vorgenommen hat durch sein Volk in dieser Welt vollend. Möchtest du nicht auch dabei sein, wenn es zum Ende dieses Werkes kommt, wenn die Haushalterschaft in dem Sinne auf dieser Erde beendet wird, weil wir haben alles getan, wozu wir aufgefordert worden sind zu tun. Wir haben die Liebe Gottes gelebt, wir haben das Gesetz den Menschen verdeutlicht, wir haben in der Not geholfen und wir haben alle Mittel, die Gott uns zur Verfügung gestellt auf dieser Erde nicht missbraucht für uns, sondern wir haben sie genommen, um sie zum Gut und zur Lösung des Menschen einzusetzen. Wäre das nicht fantastisch, wenn in unseren Tagen Gott dem Tod und dem Elend dieser Welt ein Ende setzen könnte, weil ich schaue, dass das Böse ja an seine Grenze gekommen ist. Ich schaue, dass es nichts mehr gibt, was auf dieser Welt was Gutes ist. Alles, was die Menschen tun, ist gepaart mit Gewalt, mit Ärger, mit Zorn, mit Drohlen, mit ist eine grausame Sache, weil es nicht an der Zeit, dass Gott durch eine Haushalter dieses beendet, weil wenn jedes Individuum auf dieser Erde die Einladung empfangen hat und sie dann annimmt oder ablehnt und wenn das Böse sich ausgewachsen hat, dann kann Gott sagen, jetzt ist nichts mehr zu tun. Die Haushalter haben ihr Werk erfüllt. Und das ist unser Auftrag. Und zu ihnen möchte ich gehören. Ich möchte von meinem Herrn das Wort hören. Komm, du treuer Knecht, du warst in wenigem treu. Ich will dich über viel setzen. Amen.